Vielen Dank, Claudia Kleinert. Ich verabschiede mich heute nicht nur von Ihnen, sondern leider auch von Jan Hofer. Er präsentiert morgen um 20 Uhr seine allerletzte Tagesschau. Aber hier und heute waren das seine letzten Tagesthemen mit uns. Jan, danke für alles. Wir werden dich sehr vermissen an dieser Stelle. Genieß die letzten 24 Stunden in den Heiligen Heim. Hier steht morgen Ingo Zamperoni für Sie. Wir drei wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche, trotz allem, was da kommt. Wiedersehen.